Hallo meine liebsten Lieben, die mir bei Baphomettes Verluch zuschauen. Und ja, hallo hallo hallo. Ich möchte mal kurz vorab was zum Besten geben. Ich sollte gerade eine Person beschreiben für jemanden. Und eigentlich wollte ich schreiben, dass diese Person immer oder meist ein Käppi auf hat. Mein Handy hat aus Käppi Cappuccino gemacht. Also hieß der Satz, er hat meist ein Cappuccino auf. Und ich habe mich gerade so kribbelig darüber gelacht. Und sollte ich das vielleicht in der Aufnahme nochmal anfangen zu lachen, weil ich drüber nachdenke. Liegt es daran, dass ich mich über mein eigenes Schreibfehlverhalten von meinem Handy lustig machen kann. Wollte ich euch gerade mal erzählen, was gerade eben passiert ist. Kurz vor der Aufnahme. Sehr lustig. Er hat meist ein Cappuccino auf. Die Antwort darauf war, ob er da doch ein Latte oder ein Espressohut. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Was Handys manchmal so aus Wörtern machen, sowieso. Also gab es schon herrliche Momente. Aber egal, zurück zum Paffermatesflug. Wo wir in der Burg, ich wollte schon Bucht sagen, aber eine Bucht ist das nun nicht, in der Burg drin sind. Und da ist immer noch dieses Etwas. Ich weiß, es soll bestimmt Ziehensteinburg, was auch immer sein. Und ja, wir gucken uns jetzt hier einfach mal um. Von da kommen wir. Was ist denn das? Ein rostiges Stück Eisen. Vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas ähnlichem. Ja. Der Ding ist ermüdlich weiter. Ich gehe sogar weiter. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Oh nein! Eine Ziege! Wir müssen der Ziege doch helfen! Auch wenn die George jetzt umgehauen hat. Aber vielleicht war das genau das Richtige. Vielleicht hätten... Alter, aber die Ziege macht ja einen schönen Dreck, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann! Was macht denn die Ziege hier unten? Die können wir jetzt nicht mehr machen. Ich denke mal, hätten wir vorher das hier gemacht, wäre die Ziege bestimmt zu uns gerannt gekommen. Und hätte uns hier auch umgeboxt. Gehen wir einfach mal da runter. Ich glaube, mehr können wir hier gar nicht machen. Aha. Okay. George ist hier runter gestiegen jetzt. Da geht es wieder hoch. Hier war wohl die Ausgrabungen gewesen. Was haben wir denn hier? Okay, sieht aus wie ein... Ich denke, man sollte vielleicht einen Tempelritter darstellen als Statue. Oh Gott, oh Gott, was können wir denn hier halt mitnehmen? Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. Aha. Fünf Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Da, ne? Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Na, klasse. Heb sie wieder auf. Sehr gut, George. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Aha. Jetzt könnten wir eigentlich... Ich stecke meine Finger in die fünf Löcher, die der heruntergefallene Stein hinterlassen hat. Echt komisch. Sie passen perfekt. Guck mal da. Da ist doch eine Einbuchtung. Haben wir Gips mit? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch Gips mit haben? Wenn wir da jetzt eine Form von draus machen, weil die Statue ist zu schwer, aber das nicht, dann könnten wir das da reinstecken vielleicht. In der Wand kann man fünf Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Aber natürlich. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Sehr gut. Aber wie ich hier die Situation einschätze, steht hier wohl Gips rum. Was sehr praktisch ist. Der Sack enthält ein feines, weißes Pulver. Jawohl. Als ich meine Finger in das weiche, weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Ja, ja. Mit Gips romanschen. So, jetzt haben wir... Ah, ich wollte gerade sagen. Was ist denn das für ein Gips? Das ist eine Taschenlampe. Da haben wir Gips. Jetzt bräuchten wir aber noch. Ich greife in den Sack. Aber der ist leer. Ach Gott. Ähm. Wie kommen wir denn... Hatten wir... Ein Handtuch mit der Aufschrift Goblin Stout baut dir ein Buddy. Das Handtuch ist klatschnass. Ah ja. Na dann. Müssen wir... Können wir das irgendwie vermischen? Hm. Vielleicht doch nicht. Da... Warte, dann... Machen wir das mal anders. Gucken wir uns nochmal das Ding an. Was ist das hier? Können wir uns das auch gerade angucken? So. Dann pack erst mal vielleicht den Gips da rein. Und dann von dem nassen Handtuch einfach auswringen und dann rein. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Das sieht der Gips ja an schön... Ich würde gerade sagen, ja an schön braun aus. Und drüber da. Ha! Das sieht... Wie... Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Sehr gut. Ist bestimmt schon trocken. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Na klar, Gips wird immer sofort hart. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Hallali, hallaloo! Ich würde sagen... Ach Gott! Mann, Mann, Mann! Geht voran! Man... Bin ja... Ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die fünf Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken. Dann ist Ruhe. Ha! Das wird mal spannend, was dahinter ist. Hört sich der nett aus. Zum Glück, du kannst mal eine Taschenlampe mit. Ah, sehr gut. George... George benutzt die Automobil... Sehr gut. Mon Faucon. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch was. Nein. Kommt es tatsächlich nicht. Da blinkt was. Wir haben einen... Nein, ich mache nicht diese Anlage an. Wir haben einen Anrufbeantworter. Also, wir haben einen... Wir haben einen Anrufbeantworter. Wir haben eine Nachricht. Hören wir uns die gleich mal an. Wollen wir nochmal Papi angucken? Niko? Hallo? Niko möchte sich... Wir spielen mal wieder Niko. Hey! So, hören wir uns mal hier die Sache an. Diese Stimme. Drei. Hey, Cola. Ich bin's. Dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt. Aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Niko. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Hallo, Niko. Ich bin's. Dein alter... Oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also, bis morgen, Niko. Slan. Da staunst du, was? Er ist einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collard, hier spricht die Melda Karchon. Ich wollte mich noch einmal für ihr Verständnis bedanken, als hätten sie nicht Lust, zum Essen vorbeizukommen. Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Ach. Er hat zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er muss gleich hier sein. Ich werde Ihnen mal erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Ja, leben Sie wohl. Merlin? Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ja, ich muss sofort hinfahren und Sie warnen. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde ihm Melda vom Gewicht der Dinger vornüber kippen. Und ich schulde ihr nichts. Aber ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Absolut richtig. Auch wenn sie auch mit drinne steckt in der ganzen Sache. In meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royal verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss ihm Melda warnen, bevor es zu spät ist. Ähm, was machen wir denn jetzt als Erste? Was ist denn das hier alles? Ein durchschnittlicher Fixierungsdraht für moderne Kunst. Bevor wir hier irgendwas machen. Ich löse den ersten Draht. Was machst du denn hier, Nico? Wir wollen doch ihm Melda warnen. Und da sollten wir vielleicht zur Klinge gehen. Aber ne, Nico löst Drähte von irgendwelchen Kunststücken. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Dann lehn dich mal gegen. Was auch immer der bringen soll. Hör! Na! Wo ist er? Bump. Jetzt ist es eine Leiter. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Boah! Nico! Äh, warum machen wir denn als Erste? Mal zu Klingeln gehen? Mal zu Klingeln. Nico ist Hulk. Na, wunderbar. Ach, warum bloß? Da will jemand ungestört jemanden umbringen. Die alte Rolltreppen-Nummer. Ach, stimmt. Der Pantomime. Abgeschlossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Na, dann geh einfach hier hoch, Nico. Gar kein Problem. Bist sportlich, jung. Einfach da hochkraxeln. Sehr gut. Gutes Mädchen. Ich hoffe, die ist noch nicht tot. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Kameraführung nach oben. Okay. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Ähm, haben wir was mit? Äh, pfff. Vielleicht mit einer Haarnadel? Äh, nein. Okay, dann nicht. Äh, hier schmeißt das Ding einfach rein. Äh, nein. Das Fenster wurde mit einer Industrieplastikfolie abgedeckt. Na. Pfff. Hier? Äh, nein. Okay. Hätten wir noch das im Angebot? Ah, natürlich. Die Patronenhülse. Die kann alle, die Patronenhülse. So, dann fass mal da rein. Mach die Tür auf. Und rette E-Mail da. Okay, wir haben gerade was, eine Notiz dazu bekommen. Oh Gott. Hieß ja viel. Ich bin in Kachons Apartment eingebrochen. Ich würde eine großartige Einbrecherin abgeben. Das stimmt. Endlich auch Imelda, was? Palais Royale, Imelda in Gefahr. Drei Nachrichten auf dem Anruf beantwortet. Mein Verleger war sehr besorgt über meine Geschichte. Und George rief das Urland an. Betrunken. Na ja, er hat ja noch mal ja nicht getrunken. Er war nur dabei. Mensch. Endlich auch Imelda Kachon. Sie sagt, dass ein Mann namens Morla und sie heute Abend besucht. Ja, das ist Kahn. Ein Kostümmörder. Sie schwebt in schrecklicher Gefahr. Ich muss sie warnen. Dann auf, auf, meine Liebe. Würd man sagen, die sind hier drin, da wo Licht ist. Mein Gott. Ach, hey. Ich komme zu spät. Die sitzt aber nur sehr aufrecht für eine Leiche. Imelda. Oh nein. Nico. Keine Bange. Es kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Viel absurd. No. Sie ist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Das ist nicht Imelda? Ich wünschte, wir hätten mir Zeit, umeinander kennenzulernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Ähm, Ruhe und Frieden und so? Das war nicht Imelda? Vielleicht war sie deswegen so kalt oder konnte so kalt sein, als Kachan Eusturmes. Jetzt ist also Imelda an der Reihe gewesen. Ein weiterer Mord ist Kostümmörder. So Mollin oder Kahn, diesmal als Edelmann verkleidet. Die Polizei wird die Angelegenheit nicht untersuchen. Sie werden es vertuschen, so wie all die anderen Morde. Oder war sie doch Imelda? Das ist alles ja komisch. Untersuchen wir. Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. Das ist doch Imelda. Mensch, Nico, was sagst du denn? Du bringst mich durcheinander. An ihrem Hals befindet sich ein Medaillon. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Der ist Silber. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Wie dramatisch. Und theatralisch. Oh. So, wir sind wieder zu Hause. Ich habe eine Vermutung. Was wir mit den Schlüsseln machen können. Sie kannte unseren Vater. Sie wusste ungefähr, wer wir sind. Und dass sie seine Augen haben. Eieieieiei. Eieieieiei. Hier, Kästchen. Na. Nimm's. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Karchans Kästchen. Ich glaube, jetzt hast du den Schlüssel. Ja, das ist auch golden. Ich nehme den Schlüssel raus. Der passt. Der passt. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Dann lass mich gucken. Ach, Imelda war auch mit dabei. Auf dem Foto. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Da. Genau. Imelda und Karchans. Grinsend. Naja. Dein Papi guckt aber nicht so. Gut. Aber nicht lächelnd, Nico. Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Hotel St. George, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit. Weit weg von Afrika. Keine Angst? Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry. Dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomaten-Gattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter. Du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Zum Glück. Zum Glück. Ach Gott. Okay, Nico. Nico, das kann ich verstehen. Mein, 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 meine. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wen ruft sie jetzt an? Ich hoffe, George. Oh. Am nächsten Morgen. Sitzt Nico immer noch so da? Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wieder zu kommen. Aber dann... Aber dann... Herein? Hallo, George. Wie kann man einen George nicht reinbinden? Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei Mac Davids. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Komm. Er war tot. Und du sagst, P. Graham ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Wer war denn tot? Was? Wie? P. Graham's Edelstein. Hä? Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Äh, was, wie, wo, was? Möchtest du den Edelstein verwahren? Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Hm. Hier nochmal die Rolle. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ohne, die ist schon wieder da. Da ist ein Typ mit Schiffen. Zwischen ihnen steht ein Edelstein. Na, das ist doch der Edelstein bestimmt. Hier Schwert und so. Na. Schauen wir mal. Wir brauchen diesen komischen Lobinot-Typen. Eine Frau sieht, aber das... Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Mofosson war. Mofosson. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Das hatten wir ja gerade. Ich glaube auch nicht, dass wir hier Nico noch mehr zeigen können. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Jetzt haben wir sie darüber informiert. Läge ich mich nach Lobinot im Museum von Kronen zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rossou vorbei, ob er was gehört hat? Okay. Kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen? Einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf. Okay. Gerne. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Aber alles erst im nächsten Part. Da gehen wir nochmal zur Polizei, zu Rousseau, suchen André Lobinot. Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Es zu enthüllen, würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Karchant als Held. Ich weiß, wie man sowas macht. Ich bin schließlich Journalistin. Aber Nico scheint George zu mögen, wenn sie ihm das gerne erzählen wollen würde. So, wir können ja uns schon mal... Ähm... Musée Grün... Café de la Chambre d'Auvert... Rue Jairie... Posse Police. So. Oh. Rousseau ist gar nicht da. Mh. Aber dann suchen wir... Rousseau im nächsten Part gehen ins Museum und machen ganz viele andere Dinge, um hier voranzukommen. Ganz schön viel passiert in dem Partner. Mann, Mann, Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.